Die DFB-Pokalauslosung, das sind die Paarungen der zweiten Rund nach WM-Desaster, diese Elfspieler sollten von Löw eine Chance erhalten kommen, Verletzung, kommt Draxler als Ersatz. Punkt. Geheime Verhandlungen, neues PSG-Angebot für Jerome Boateng im Anflugmedien, roh die Vorstellung auf Schalke am Montag. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!